Ich bin geschossen, wäre ich verdächtig gewesen. Alter, da waren Melonen, Melonen. Da, ich höre Schüsse irgendwo. Ich hab ne große Waffe. Warum geht die Tür nicht? Warte. Ich hab nen Innocent getötet. Ja, und ich hab gewonnen. Hä? Von da kam die Melonen und dann ist Isen da rumgerannt. Und ist ertrunken. Lol. Ich hab alle getötet. Ach, deswegen hab ich die Tür nicht aufbekommen. Ja, ich hab die aufbekommen. Hä, wo denn? Ach so. Wie kommt man da rein, Mododo? Ja, gleich die Türen öffnen, du. Das ist nur für VIP-Mitglieder. Manu, hier kommst du nicht rein. Ich komm da echt nicht rein. Ich drück die ganze Zeit die Tür auf. Hilfe. Mododo, bitte. Bitte. Ich gehst durch die Tür. Ich hab Musik mit eingesperrt. Was, ne? Musik nervt voll, ey. Ich hör keine Musik. Ich hör auch keine Musik. Ich hör auch keine Musik. Ich hör auch keine Musik. Vielleicht hast du noch Musik hin, wenn du noch Media Player hast. Ich glaub nicht. Der hat bestimmt noch Mienekraft im Hintergrund an. Ja, klar. Schon wieder Detektiv. Zweimal hintereinander. Ich merk schon, das wird ne beste Aufnahme wieder. Ja. Holli. Holli. Bist du da, Holli? Wo bist du? Holli. Erschieß mal den da. Wen? Wen? Oh, oh. Ich sterbe. Den da. Odinaka. Odinaka Jesus? Nein, schieß nicht auf mich. Das ist Tom Bay. Erschieß ihn. Er ist der Traitor. Er hat mich angegreift. Zeig mal deine Waffe. Ah ne, okay. Ich hab gedacht, du hast ne Scout. Weil immer wenn du ne Scout machst, bist du Traitor. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, ich bin hier bei euch. Okay. Ist doch immer Traitor. Kann sich hier bitte irgendwer in die Luft sprengen? Ja, ja, bitte. Das ist ein Warnung. Das ist ein Warnung. Ich bin da. Kannst alle in die Luft sprengen hier. Alle in die Luft sprengen. Ja, Zombie, wie du hin und her gegangen bist, ne? Das war so ziemlich... Das war Traitor-Rig. Ja, das war sehr Traitor-Rig. Jetzt höre ich auch Musik. Ich höre Stimmen. Ja, ich höre... Du musst nicht, dass der richtig gut ist. Du warte. Und ich hab ein Auge auf dich. Ja, versuch's doch. Aber mein Auge lässt dich nicht los. Zombie. Warum rennt ihr denn alle in die Luft? Gib mir deine Waffe. Riesen, du kannst aus dem Feuer rauslaufen. Oh, ne. Er hat er geschossen. Deine Bankkanade hat mir wehgetan. Ich war's. Ich bin Detektiv. Entschuldigung. Heil dich. Das war zufällig mein Weg. Kannst du dich heilen? Ähm... Leider kann ich mich... Glaub ich heilen? Weiß ich nicht. Ich lebe noch. Hallo, hallo. Ah, okay, gut. Hä? In dem Feuer entkommen. Das ist sehr verdächtig. Wo ist denn Holly? Das ist auf jeden Fall... Ich bin hier, hier, hier bei... Ach, da hinten. Puls Maudato. Heilen uns alle mal. Nein, ich heil uns doch mal. Ich hab nicht genügend Punkte. Puls Maudato. Ich bin grad beim Radhafen. Findet mir erstmal einen Traitor oder sowas. Oh, lol. Leute, somebody is it. Somebody is it. Überlebt. What the fuck? Hä? Was hat das denn für ne Range? Das ist krass, ey. Ihr standet die ganze Zeit zusammen. Aber Eason stand die ganze Zeit bei euch. Und er war auch Traitor. Ich konnte nichts mit meiner Bombe treffen. Oh, man. Ah, Eason. Ach, Eason. Hey, das... Das war ultra komisch. Weil ich war schon super weit weg. Warum bin ich gestorbt? Hä? Nur wenn Wände dazwischen sind, ist die Reichweite kleiner. Aber sonst... Was ist eigentlich... Wenn alle tot sind gleichzeitig, wer gewinnt dann? Traitor. Ah, okay. Gut. Ich bin übrigens der... Warum tust du das? Der Tockdorf. Ich bin besser. Ich hasse sie. Maudado G. Maudado, 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 Maudado. Ja, ich hab's doch gesagt. Maudado G. Ich bin ein Sprayter und ich bin halt Detective, also es hat ja eigentlich nichts getan. Ich? Ich hab doch mehrmals gefragt, dass ich den bleiben kann. Ja, tötet Klaus. Nein, tötet mich nicht. Klaus, es ist okay. Tötet Klaus. Wenn du auf mich schießt, bring ich dich um. Ich bin hinter euch. Es folgt euch auf offener Straße. Na dann lass uns Klaus umbringen. Machst du mit? Klaus umbringen, auf jeden Fall, ja. Auf los, los. Ups. Ey, die machen ja... Ups. Ich hab gedacht, das ist ein Witz. Hahaha. Ne. Ne, ist kein Witz. Hahaha. Mann, wir bringen euch jetzt zu Ende, Mann. Wer lebt? Wer fand ne andere Traitor? Hey. Hey. Hey, was schießt du doch? Ich lebe noch. Ich bin kein Traitor. Ränkertyp. Nein. Warum? Rekt. Eisen war es. Ich auch. Das ist noch für... Easy. Oh Mann. Hahaha. Das ist noch für... Ich wollte nur gucken, ob ich von der ganzen Map treffe, mit der Pompe. Ah, es lebt noch. Scheiße. Was ist da? Hast du getroffen? Keine Ahnung. Achso. Ja. Kannst du doch nicht machen. Ja, ich hab doch mehrmals gebeten, dass du stehen bleibst. Niemals. Ne, okay, ich bin weg. Bin mal in Bewegung bleiben. Ja, ich hab die Runde überlebt. Der kommt aber einfach zu mir und und... Ja, ich hab gedacht, machen wir es halt mal offen und ehrlich, anstatt die ganze Zeit zu lügen. Nee, lüg. Ganz viele lustige Trätheiten. Ja, ganz doll, ja. Heilige Granate in die Gruppe reinwerfen, das macht Spaß. Habt ihr in der letzten Runde nicht gehört, wie glücklich Manu war, als er gemerkt hat, dass jemand mal eine andere... Das war ich selber. Mannu, Mannu, Mannu. Das war ich doch selber, Zombie. Ich weiß, aber du warst glücklich. Was verstehst du? Ja. Ich weiß nicht. Komm mal her. Biete frisches Obst ein. Das macht lustige Geräusche. Uh, Granate. Nolly. Komm mal her. Nee, nee. Stamm mal drauf, okay. Nee, nee. Ich will das nicht. Langweiler. Okay, ich komm zurück. Bitte nicht langweilig. Langweiler. Langweiler. Ich komm zurück, ich bin da. Zombie is traitor. Akzeptiere nicht mehr. Du bist Detective, okay? Okay. Okay. Dann kann ich dich hinter mir lassen. Oh. Oh. Du hast hier ne blutige Hand an dem Auto. Das seh nur Traitor. Ja, lol. Das ist keine rot umrannte Hand. Das ist ne blutige Hand. Traitor. Aber Blut ist nicht rot. Nee. Blau ist gut. Das ist blau. Nee, bei mir ist es wirklich blau. Bei mir ist es grün, meine ich. Eason, nein. Ich will doch gar nix. Aus. Raus hier. Voll. Sag mal, ich schieß den einmal an. Ja, mit dem Stuhl, jetzt komm ich nicht mehr rein. Mit ner Shotgun ins Auge. Hallo. Hallo. Ich hab mich getroffen. Soll ich dich hier? Hallo? Schlacht ihn ab. Nein. Bitte. Wer denn jetzt? Dich selber. Komm mal rein. Kann mich nicht selbst umbringen. Doch. Doch kannst du. Du musst nur dran glauben. Du darfst hier nicht rein. Ich will aber hier rein. Nein, das ist mein Stuhl. Ich will aber mal reinkommen hier. Nein, das ist mein Stuhl. Wo ist Maudado? Tod. Oh, stimmt. Ey, was macht ihr denn hier? Was macht ihr hier? Ich bring dir Stühle. Wie geht's da drin so? Alles gut eigentlich. Alles perfekt. Die Mistdiko. Okay, ich hab mal kurz die Scheibe hier. 100. Du haust kurz ne Bombe hier rein, weißt du? Ja. Tschüss. Geh weg mit der Schottswende, ey. Geh weg mit der Schottswende, ey. Geh weg mit der Schottswende. Du kannst mir vertrauen, wenn ich... Na klar. ... hätte ich dir jetzt schon einen Headshot gegeben. Weil ich kann mit dem. Ich dir auch, ey. Samuel, wo bist du? Ich bring dir in eine Richtung, Holly. Ich bin vor in der Richtung. Jesus ist es. Bei Odin. Ich seh Odin. Ja, das ist bestimmt. Was machst du denn hier? Ah, ich seh dich. Umdekoration. Das ist voll schwer. Äh, ich glaube, ich werd grad angeschossen. Ich hab grad ne Schulplinte in meiner Hand. Ich wurde angeschossen. Ich hab grad ne Schulplinte in meiner Hand. Ich wurde angeschossen. Holly war's? Das ist mein Sch... Alter. Klar. Isen ist es dann. Ich kann's hier gar nicht raus. Klaus hat wenig... Ja, Klaus hat wenig Leben. Dann schieß ihn ab, wenn das war. Okay. Es war... Es war... Holly ist in dem Raum da. Genau, wo Isen vorsteht. Ja, dann schieß ab. Ich bin hier drin. Geh weg, Mann. Geh weg, Mann. Geh weg, Mann. Ja, siehste. Zumbe. Also, Klaus ist es nicht. Klaus ist... Ja, Klaus ist tot. Äh, Holly ist es auf jeden Fall. Holly ist es zu 100%. Überprüf Odin. Nein, Holly ist es zu 100%. Ja, klar. Geh weg, geh weg, geh weg. Na klar, 100%. Ich würd sagen 98%. Odin ist... Ich sorg mich da um Maudado und Maudado... Ja, keine Ahnung. Isen ist es nicht. Zombie und Maudado, einer von euch beiden ist doch Traitor. Holly ist es. Ja, Holly, Holly, Maudado, äh... Maudado oder Zombie, einer von euch beiden ist es noch. Und dann hab ich zugehört und dann irgendwie haben's alle verdächtigt außer dich. Dann hab ich einfach mal freundlich auf dich hingewiesen. Genau. Das war nicht gegen dich gemeint. Ich würd dich nur nicht ausschließen in der Diskussion. Äh... Ja, können wir jetzt mal Holly töten? Ich weiß ja nicht. Holly will ja nicht mich töten. Nee, Holly ist da noch unten drin. Okay, gut dann. Ich mein, wir müssen ja nur überleben, das ist doch die Aufgabe der... Nee, ist er nicht. Holly ist da nicht unten drin. Wo ist er denn? Es leben noch drei Leute neben mir. Ja, Zombie ist Traitor oder... Zombie oder Maudado. Kann ich auch einfach sein, erzähl doch nicht. Wo die getötet hat und so tut, als würde er noch... Nee, 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 Erte... Nee, ich hab... Ich bin ganz low. Hier, ich kann dir nochmal auf Nummer sicher gehen. Ich töte ihn mal, sonst ist er. Er war's nicht. Hä? Sag ich doch. Ich würd's dir nur mal beweisen, Traitor, Maudado. Ach, das war ganz schön... Das war ganz schön tricky, ne? Tricky. Oh Gott, warum schießt du denn auf mich, Maudado? Maudado schießt auf mich. Maudado schießt auf mich. Gott. Ah, dann ist es Zombie. Interessante Wendung. Das und vieles mehr sehen sie in der nächsten Episode von Trouble in Träne unterdauen. Ein Maudado ist es. Achso. Dann schieß ich nur auf Maudado. Nur auf Maudado. Ich hab Angst. Warum? Weil du in dem Turm bist. Woah! Boah! What the fuck, hab ich mich erschrocken! Ich dachte, das wär gar kein Mensch, Alter! Der kam hier... Alter! Das Melonenmonster kam hier. Ach, mit F kann man leuchten, stimmt. Und... Hey, was... Was ist... Was ist das denn da? Nein! Das geilste ist... Das geilste fand ich war, dass... Eason, Holly tötet. Und dann sagt Maudado, Holly lebt noch. Und dann sagt Eason, oh, ach so! Und ich hab dich nicht gesehen. Ich dachte halt, Holly wird noch... Er hat ihn auch nicht untersucht. Ich hab ihn noch gar nicht gesehen, die Leiche war irgendwie unsichtbar für mich. Und... Ja, ich hab so die Leiche in dem Haus, in den Turm ignoriert komplett. Also ich glaub, Eason war der Traitor, kann das sein? Nein, ich war kein Traitor. Nein, Holly und Zombie. Nee, nee, ich weiß aber... Ja, Eason hat Leiche und U5, weil... Ah, ach so. Ich hab sie echt nicht gesehen. Ja, besonders, ich hatte in diesem Turm... Hatte ich auch so ne Fake-Leiche hingelegt, die explodiert und Eason hat sie einfach nicht gesehen. Ich hab sie nicht gesehen, nein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Die lag einfach richtig... Die lag einfach hier in der Ecke im Raum. Eason ist ein Traitor. Ist einfach aus Versehen reingelaufen und hat gesagt, irgendwas ist explodiert. Hey, das war ne Heel Station. Ich war auf Eason, das sah aus wie ne Heel Station. Okay. Der ist im Traitor-Shop. Der ist im Detektiv. Der ist im Detektiv. Nein, ich schieß einfach... Ich geh schon Detektiv. Ach genau, du schießt einfach random, ne? Tja, tja, tja. Tja, tja. Es ruckelt ein Löchchen. Holly? Wenn jemand vor dir ist, ne? Und dich gerade anballert. Oh, oh, oh. Hi. Du hast Glück gehabt, du hast Glück gehabt, du hast Glück gehabt. Ja, nein. Hey, genau. Wieso? Gibt's ihm und er soll mich anschießen. Gibt's Klaus und er soll mich anschießen. Wen soll ich anschießen? Nein, nein. Gibt's Klaus und er schießt mich ein. Eason, Eason. Eason, Eason. Gibt's ihm wem. Eason, Eason. Gibt's ihm wem. Hier ist Eason. Er soll mich anschießen. Eason. Er soll mich anschießen. Ich soll dieses Auto schießen. Okay, tötet er es. Oh, man geht nicht. Ist der kein Auto? Nein, gibt's doch mal ihm wem. Ähm. Bitte. Aber nicht mir. Ich will, dass ich angeschossen werde. Da nimm's. Nimm, nimm und erschieß mich. Erschieß mich. Trau dich, Alter. Trau dich. Trau dich, Zombie. Trau dich. Nein, du sagst immer, dass man dich abschießen soll. Alter, werde ich taub oder verstehe ich euch gar nicht? Nee. Hä? Ich hab das gar nicht gemacht. Gib mir. Gib mir. Mann schlägt auf dich. Ja. Erschieß mich. Hä? Was war das? Hä? Formatieren. Achso. Ich heide dich. Was hat er denn gesagt? Dann ist es noch Ethan. Äh. Okay. Ja komm. Warst du es am Anfang schon mal? Hä? Ja, ich hab dich angeschossen. Ja genau. Und dann sag ich das. Und dann sagt er als Argument. Nee, nee. Maudato sagt immer, dass man ihn anschießen soll. Hä? Hab ich mir gesagt? Das hab ich gar nicht gesagt. Irgendwas mit... Hä? Ich hab mit Holly geredet mit seiner goldenen Waffe. Oh. Ich hab mich angesprochen. Hahaha. Ja geil. Und das hat aber die ganze Runde zerstört so. Nein, nein, nein. Aber ich wollte. Ich wollte nur goldenen Schicksal Deagle. Äh. Nicht Deagle. Isen. Ja. Abschießen. Ach. Hätte ich nämlich einen Tweet hier getroffen. Das wäre super clever gewesen. Ja, ich konnte schon wieder nicht die Bombe machen, weil Isen die ganze Zeit bei allen steckt. Ich war gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin extra weggelaufen. Ja, ja. Ja. Oh Mann ey. Das war voll die traurige Runde. Ach komm, dann muss es Isen sein. Er schießt ihn fast tot. Dachte ich mir, ach komm, ja dann. Ja. Maudato hat ihn erschossen und du... Nee, ich hab schon mehr erschossen. Weil er mich am Anfang angeschossen hat. Und deswegen konnte er nicht dein Traitor-Kollege sein. Und ich war Inno. Also konnten es nur noch Manu oder Isen sein.